Edison, ich wüsste nicht mal den ersten Schritt. Fragen Sie, ob ich tanze. Also im Ernst, hier ist gar keine Tanzfläche. Na und? Fragen Sie mich trotzdem. Was wir uns vor Augen halten müssen ist, dass wir unsere Vergangenheit selbst schaffen. Und zwar durch das, was wir heute tun. Ich will nie mehr kalte Füße, wenn ich barfuß bin. Das will ich auch, das will ich auch. Ich will jemand, der mir zuhört, wenn ich manchmal spinn. Das will ich auch, das will ich, das will ich auch. Ich will nur nach Schokolade, die mich dünner macht. Das will ich auch, das will ich auch. Ich hol meinen Ex zurück und dann wird Schluss gemacht. Das will ich auch, das will ich, das will ich auch. Das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch. Das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch. Mit dieser Serie werde ich Sie überraschen. Ich zeige Ihnen, wie man ganz ohne Stress mit leichter Hand tolle Gerichte kocht. Klasse, schön zu sehen.